Musik Mein Name ist Patrick Manzecki und ich freue mich auf meine neue CD. Es ist die vierte CD unter meinem Namen und sie heißt Recti Linear und eingespielt habe ich sie mit Ritchi Bayrach am Klavier und Jens Lohr am Kontrabass. Musik Was mich persönlich am meisten interessiert beim Musikmachen und insbesondere beim Schlagzeugspielen ist der Gesamtsound. Ich spiele tatsächlich lieber melodisch als perkursiv und wenn es mir gelingt einen Gesamtsound zu finden mit meinen musikalischen Mitstreitern, dann bin ich hochzufrieden und ich denke es ist uns auf dieser CD aufs Beste gelungen. Musik 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 Rectilinear ist eine Komposition von Ritchie, die ich schon immer sehr gemocht habe. Und übersetzt heißt es geradlinig, konsequent. Musik Ritchie Bayerach kenne ich seit den 80er Jahren. Ich habe einige Schallplatten von ihm und bin ganz froh, dass ich jetzt seit einigen Jahren mit ihm zusammenarbeiten darf. Ich konnte mir keinen besseren Partner als Jens Lohr am Kontrabass vorstellen für unsere gemeinsame Produktion. An beiden schätze ich einfach ihre offenen Ohren, ihre spontane Interaktion, Stichwort Interplay. Es macht es sehr einfach, über sich selbst hinauszuwachsen mit zwei richtigen Können. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Applaus 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 Applaus